Die Filzstifte sind aber Pinsel. Und dann sieht man die Japaner so schreiben. Und dann seht ihr, da bewegt sich hier überhaupt nichts, sondern das kommt alles von hier, seht ihr. Und das mache ich jetzt auch so, dass meine Hand, wenn ihr euch das jetzt anguckt, habe ich eine Arbeitstaste.